Guten Morgen, mein Sohn. Ich finde es sehr schön, dass so etwas hier stattfindet. In Polen, wo sich Menschen, die hier wohnen, dafür eingesetzt haben, dass man aufeinander hört. Also, dass die Nationen aufeinander hören, das ist das, was die jungen Musiker hier auch tun sollen und lernen sollen, wenn sie es noch nicht kennen. Ja, das ist sehr gut. Mr. Brendel kam in und es ist nur genug, dass er manchmal etwas für uns erklären würde. Er würde einfach eine kurze Motive singen. Und es gibt uns eine neue Springboard, um die courage zu versuchen, eine andere Richtung zu finden. Oder zu finden, etwas Neues in der Richtung, die wir hatten. Ich war erstaunt, wie viele glänzende Leute hier zusammenkamen. Und es hat mir ein großes Vergnügen gemacht. Die Posphäre ist schön. Manchmal gibt es ein lautes Fest. Es ist natürlich etwas ganz Besonderes, dass Sie sich hier bereit erklärt haben, mit den jungen Musikern zu arbeiten. Ich habe das schon seit langer Zeit gemacht, zwischen meinen Konzerten. Wir müssen versuchen, dass Sie die Noten etwas mehr spielen können. Und Sie machen das Crescendo mit Ihrem Körper. Als ich noch viel spielte, kamen dann Quartette zu mir nach London oder ich habe an Festivals oder an bestimmten Orten junge Quartette unterrichtet und das hat mir immer am meisten Spaß gemacht. Und das kommt daher, dass ich beim Klavierspielen auch nicht primär ans Klavier denke, sondern an alle möglichen Klangfarben und Instrumente und oft die Streicher im Ohr habe, mir sogar vorstelle, welche Wogen ich nehmen würde. Klavier kann man alles Mögliche machen, wenn man sich nicht darauf versteibt, bloß Klavier zu spielen. Es gibt ein erstaunlich hohes Niveau unter den jungen Quartetten. Die Elternmusiker sollen sich freundlich benehmen und selber versuchen etwas zu lernen. Let it shine!